Willkommen zurück zu Vigil, The Longest Night. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie der Titel hieß. Es ist natürlich jetzt uncool, dass hier die Karte nicht mehr aufgedeckt ist, wie wir es beim letzten Mal hatten. Wir hatten den Boss besiegt gehabt, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ob wir... Ob wir überhaupt den Schlüssel, beziehungsweise überhaupt gespeichert haben? Ich bin gerade ein bissel überfragt. Oh mein Gott! Oh, gut, okay. Äh, ja, jetzt muss ich halt wie gesagt erst mal mir den Weg irgendwie wieder raussuchen hier. Aber ich habe gerade echt null Ahnung. Wohin ich hier muss. Ach, genau! Ach, scheiße. Ja, das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Das kommt davon. So, ich muss noch mal kurz gucken hier. Spielladen. Ähm... Nö, das ist richtig. Oh! 8.2. Das wäre heute. Oh, mal schnelles Laden. Dann kann man nämlich wahrscheinlich, äh, ja, auf jeden Fall schnell raus hier. So. Ja, wie schon gesagt, ich suche halt gerade hier den Ausgang. Was ist denn Ausgang? Aber den Weg, den wir hatten... Au. Wohl... Verschlossenen Tieren worden. Ah. Ähm... Hm, 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 hm. Na gut. Nehmen wir nochmal hier unten lang. Ach, stimmt. Wir können auch schon springen. Oh Gott. Oh, ho, ho. Höh! Puh. Das ist natürlich jetzt, äh, ein bisschen uncool an dieser Stelle. Boah, gehen wir mal hier lang. Abwasserkanal an der Mündung. Ich glaube, hier... Ne, von hier sind wir gekommen. Oder? Ja, von hier sind wir gekommen, von unten her. Das ist natürlich ein bisschen dumm, finde ich, dass die Karte nicht offen bleibt, äh, wenn man das Spiel... Oh, shit. Oh, shit. Das ist halt das Spiel... Ist das Spiel, wenn's beendet wird? Ei, ei, ei... Ja, die Karte halt nicht vorhin bleibt. das war schon rechtlich knapp gerade weil er hält doch punktgenau vor der falle an dass man da den nicht mal reinbeten kann natürlich vielleicht dumm wir sehen natürlich nicht hat er mich getroffen oder hat er mich nicht getroffen zu erkennen die ratten stimmt hier wollen wir auch schon da ging es ja hier nirgendwo lang ein weg gelaufen ein glück level ab ich hätte auch einfach was runter gebraucht fuck wo geht es hier oben lang bin ich da hier bin ich zumindest nicht hin weil das habe ich nämlich nicht gesehen so ausrüstung seltener ring ähm was kann denn der ein bisschen wert hängt von der farbe des rings ab ausdauer angriff von hinten feldung ja lassen wir erstmal außen vor und gehen mal was denn äh warte mal war ich hier nicht ne hier war ich noch gar nicht warum das oha dass mich das jetzt nicht getroffen hat hat denn sogar mal getroffen hatten leider nur nicht viel gebracht oh shit ich habe hier gar nicht gesehen so ok ok oh nice das hat wunderbar funktioniert ok ähm ähm da war uh ich kann sagen da brauche ich ja nicht hin glaube aber ich muss den weg hier lang gehen weil ich weiß nicht mehr wo genau irgendwo hier war das gewesen mhm oh haha hmm 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 hm Aha, oh shit. Okay, ich krieg trotzdem Damage. Das ist natürlich uncool. Jetzt gehen wir mal auf die Bähne. So. Müsste doch eigentlich bald hier irgendwo ein Ausgang kommen. Weil der war recht, ouch, nah gewesen an dieser Stelle hier. Ich weiß nicht, nee, warte mal. Ach, ich bin hier an einem ganz anderen Punkt, oder? Deportieren. Ich bin an einem ganz anderen Punkt gewesen. Halt mir gerade ein. Genau hier müssen wir hin. Oh, nee, hier müssen wir nicht hin. Au. Kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Wo kommen wir jetzt her? Hier kam von oben gesprungen, das weiß ich, aber trotzdem. Die Frage muss ja mal gestellt werden. Und da hängt einer. Oh, der schon wieder. Hm, der ist... Okay, der ist runtergefallen. Und da ist... Okay, der ist... Oh, okay. Okay, das ist... Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Könnte noch nicht sein. Jetzt habe ich ihn mal getroffen. Oh ne, nicht nur einer. Ja, genau. Hilfe. Ach, der kommt nach oben gesprungen. Das ist natürlich äußerst uncool. So, wir haben jetzt hier... Das mal das geöffnet. Ja, komm. Ich müsste schon echt so ein bisschen hier auf Fernkampf spielen. Eigentlich nicht so. Gut, jetzt muss ich gucken. Ich euch besiege, wollte ich gerade sagen. Aber... Jetzt scheint sich schon... Warte, von alleine erledigt zu haben, wollte ich sagen. So. Ach so, das war der. Ähm. Alter, machen die Damage. Pfff. Wir hätten doch eigentlich erst mal zurückgehen können. Ähm. Was das angeht. Wegen Ei. Okay. Bye, bye. Wegen der Quests abgeben. Ja. Mit dem Schwert auch richtig bei den Typen wenigstens ein bisschen Schaden noch an. Oh shit. Oh. Das ist natürlich... Oh. Richtig uncool. Oh, da kommt ihr von oben. Ah, da oben ist noch einer. Äh. Jo. Genau. Ich weiß irgendwo hier rechts. Nicht du. Du schon gar nicht. Äh. War... Noch eine Tür, die wir aufschließen. Kor... von unten. Von unten. Bye, bye. Oh shit. Ihr seid das nicht. Kommt mir jetzt her. Die sind mir echt hier durchgefolgt, ne? So, mein letzter Heiltrank. Ich war wieder Spendabel heute. Oh shit. Okay. Ähm, da ging es nicht lang. Ja gut, von mir aus kannst du gerne hier runter springen. Mir ist das egal. Au. Schaut man einmal nicht... auf die Kamera, ne? Hier. Genau, das war die Tür. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Ah. Ah, haha. Oh shit. Okay, bloß ein Heiltrank. So, jetzt muss ich mal kurz hier verschnaufen. Ah, ja. Genau. Ah, da drüben war noch eine Tür. Stimmt. Hier wäre es rausgegangen zu den Schiffen, glaube ich, wieder. Ähm. Müsste ich halt jetzt nochmal da unten durch. Oder, äh, ich... hier oben lang, falls das möglich ist. Oh, ich hatte mal mir hier ne... Oh! Ja, hab ich auch noch nicht gesehen. Oh, Gesundheit nimmt zu. Gesunder sei es eigentlich immer ganz gut. Da hab ich jetzt wieder nur... nur Mist... Oh Gott. Nur Mist gebaut, würd ich da sagen. Wo bin ich hier? War ich hier schon mal? War ich doch noch gar nicht. Ach, hier war ich schon... Nee, hier war ich noch nicht. Denn hier kann ich nach unten zum Speicherpunkt... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt beim letzten Mal hier war. Das ist natürlich geil hier, dass du da die Typen schön festhalten kannst. Das Problem, hier war ich leider doch schon mal. Boah! Ach, hier war ich schon mal. Aber ich weiß nicht, wie bin ich denn da hochgekommen? Ich weiß, dass ich da oben schon mal war. Oh... 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 Dreh dich einfach... Rüh dich einfach um und schlag mich. Schau mal, dass das Teil mich hier nicht folgt. Geh da lang. Und da fängt er an sich zu drehen. Ich krieg's kotzen. Bis jetzt stimmt die Richtung. So. Da sind wir und irgendwo hier... Aha! Haben wir noch ein wenig Loot. So. Uff, Rauchbrenner ist wahrscheinlich wieder irgendeine... Irgendeine... ein hübsches Teilchen. Dass man sich in einem Raum stellen kann. Gut. Also. Das an sich hätten wir jetzt schon mal alles. Was wir noch machen könnten, ist jetzt wieder erst mal nach oben. Beziehungsweise... Boah! Ja. Au. Au. Und hier. Huh. Auf. Auf. Auf.